Tanzschlampe, TAN! TAN! Molotov, komm mit! Aaaaaaaaah! Das ist natürlich ein Stadion. Total worth it! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück! Genau, das kann ich nicht. Heute, das schleichen es acht Meter, das war was anderes. Nein das, das, das hier, Freund von Zombies würde es heißen. In diesen Let's Bay, ja? Aber ihr wischt ja, ihr seht ja wohl alle um was es hier geht. Left 4 Dead. Wir sind jetzt hier auf dem Yammerk angelangt. Ja, und dann machen wir Zweiter, oder? Nein, wir machen jetzt hier doch mal so ruhig. Es ist mir scheißegal, ob ich als erstes sterbe. Ich heile mich jetzt nicht. Ich schieße auch Leute ab, die nicht heilen wollen jetzt. Erste Seite bis zu. Richtig. Da kommt es irgendwo. Ich hab' ich sehen. Ey, ich verballer meinen Rest. Ich hab' den Job. Wow, das war eine coole Aktion. Du hast ihn weggeboxt. Da oben ab. Woh! Der will mich auch feigen. Hier, Gazead Cryo. Wo geht's hier denn weiter? Hast du gerade gefragt, wo geht's weiter? Ich glaub' die Ausfahrt ist nicht so groß. Die Ausfahrt ist nicht so groß. Die Ausfahrt ist nicht so groß. Hier liegt ne Kerzenwege, ist die leer oder was? Nein, das ist meine, die könnt ihr ruhig verwenden. Ich hab' einen Arzt bekommen. Ah, hier gibt's die Schießbude. Ja, hier gibt's die Schießbude. Ich würd' sagen, das ist so'n... So'n Easter-Eck und wir wollen jetzt einfach mal... Achso, ihr habt mich schon auf Play gedrückt. Ja, dann haut mal rein. Äh, denkt dann, ihr dürft'n... Ihr dürft'n diesen... Ihr dürft'n diesen einkomischen Fuzziter töten. Diesen... Diesen Eierkopf... Nee. Nee, weh. Zu spät. Warte mal. Irgendein darf nicht erschießen. Das ist der, der lacht. Wernerwitsch. Und wenn wir es schaffen, sind wir besser als dieser Mustache-Store, der ruled? Oben auf dem Dach läuft ein Zombie rum. Seh' ich hier grad. Ist doch egal, wir verwerten den Highscore. Wie lange dauert das noch? Keine Ahnung. Und? Hat auf jeden Fall nie mehr Punkte dabei. Jaaaa! Wir haben jetzt... Hey! Du Gnome! Du Gnome! Wo ist der Gnome? Nein, wir sind Gnome! Wir haben das hier! Wie lau denn? Ach, normal, hier liegt mir eben. Schafft wir hier den Gnome bis zur Ende durchzukriegen? Das wäre so ein bisschen. Es ist unser Glück. Nee, ich glaub, wenn wir beim CV angelangt sind, dann bitte... Galilasch. Nee, nee, der kommt. Oh Gott! Jaaaa! Hinterpalt! Boah! Nicht sterbegleich! Was? Aber war ich aber anfangs auf. Fuck! Fuck! Scheiße, ich hab auszusehen auf die Witch geschossen! Ich stand da in der Menge! Äh... AhGo over 1 zu Ende... Nein, nein, nein! Nein, jetzt schon wieder! Nein, nicht schon wieder. Diese blöde, 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 blöde mir, diese blöde, blöde Blöde... den Gnome er hat er wirklich also Ulrike Katana für die Schwerfrau durchsetzt aber wir sind auch voll die tollen Leute dafür dass wir wollen auch das war das ist so ein cooles Schrotze nehmen wir mit ihr bis auf dem Motto Schrotzen wie man die ich nehme es hier mal alle Pillen ein er wartet vor allem nicht noch so viel er war so gut gleich noch ein Pfeilbomb hin damit die anderen ins Feuer rennen und so genau Oh Gott! Wow, das freut sich aus. Ihr könnt's auch übertreiben, ne? Sorry, nein. Okay, dann nicht. Ich würde einen Clown rumstiefeln. Oh, und ich würde einen Hunter. Knorr knorr. Ich bin ein Hunter. Da ist er! Hinterher! Nein, der haut ab! Er flieht! Hinterher! Oh! Oh! Scheiße! Lena, du bist doch der Hunter. Das ist immer noch verbleiben, oder? Nein, 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 der Hunter ist tot im Haufen. Oh, junger, neun Schaden durch einen Schuss. Der war stets auch ein Weg. Was steht? Das ist ein Schuss, ey. Nur weil ich im Weg stehe, dass kein Grund auch mit Ressuth. Doch das ist genau der Grund. Da oben lag noch ne Fall von mir. Äh, ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Ich will einen, nur einen. Ich lass mich auf den Schaden auf den Schaden gehen. Wow! Einfach mal rein, Badam. Ich bin dann mal wieder auf die Pause. Was? Einfach so. Einfach so! Wauw! 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 Mein Gewinn! Ah, Smoker! Smoker! Wo ist der? Der hier, da wo die Zunge rauskommt. Achso. Hä, wo ist denn der? Wer ist da oben drin? Ihr könnt mich auch schlagen und den... Nein, ihr braucht ja nicht töten. die Zunge zerschlossen. Oder so. Das ist ein Zielknit. Oh danke. Hey Bruno, steh bleib. Steh bleib. Steh bleib. Heilt dich selber. Abgenommen und Medipack. Den bitte nicht heil. Stand still. Oh, I'm gonna mess this up. Mocker? Mocker. Mocker. Also ich guck mal hier weiter. Das ist das Safe-Aus-Symbol. Das ist das Safe-Aus-Symbol. Ey, hier. Ich hab Sprengalz gefunden. Oh. Oh. Äh, mich hat der so in Charger. Das ging ja schnell. Ey, lass den Gnome jetzt nicht mehr gehen. Und ich leg jetzt hier mal die Sprengalz. Oh. Reloading! Ich greif mal hier zuerst. Habt ihr das eigentlich, als ich kurz weg war schon gemacht mit dem Shit? Mit was im Shit? Karussell reaktivieren müssen. Äh, nein. Wir sind hier immer noch auf diesem Platz. Vorher ist Karussell schon aktiviert? Nein. Oh, die Axt, ey. Die haut rein. Ja, was ist denn hier? Aus auf Captain Horst. Ich laufe jetzt vorausend. Nein, das ist Molotow. Vespa-Schläge. Oh, das ist nicht immer noch generator. Oh, der gedrückt. Ich kenne doch noch einen Gnoom. Ich bin langsam am sterben, aber nur langsam. Okay... Weiß noch was klar ist. Hier ist ne Pipeline. Ich hab auch weiter. Ich hab nen Gnome. Der sieht lustig aus. Pfff. Springladung ist cool, das zählt mit einem Schuss. Alright, Weapons! Oh, geil! Eine E-Gitarre! Oh, dattisch geil. Die nehm ich jetzt. Wenn Acker sie mit... Oh, oh! Oh. Da, was tust du? Da, was tust du? Oh, die Gate ist... Serious. Komm mal, alles weg. Äh, bin da jetzt rein, lass mich töten und guck dir dann, wer mich getötet hat. Ja, wir müssen hier hoch. Also, ich... Ah, was denn? Achtung, Zombiewelle. Oh, scheiße. Aua. Los, Bruno, du schaffst das! Was? Okay, ich seh, das Ding zwar nicht, aber da fällt. Ah, und da ist noch ein Haus. Guck ich's noch. Ich glaub, weil ich mit einem Gnome kaputt. Ich glaub nicht. Ah, scheiße! Nein! Ahaha! Fuck! Ich hab' auch... Ich hab' auch... Ich hab' auch... Ich hab' auch... Nicht da hinten gehen! Ah! Wir brennen jetzt nur alles weg, ey! Seid ihr verrückt... Hey, ich hab' auch... Ich hab' auch den Zombie geschossen... Und... Also mit explosiver Munition... Und unten drunter... Der stand auf so nem Benzin-Kanister... Das hab' ich nicht gesehen... Und der Zombie explodiert... Und der Benzin-Kanister... Das hab' ich nicht gesehen... Und der Zombie explodiert... Und der Benzin-Kanister... Cool! Mac один von meinem Gnome trinket... Ygg hanna,irsiniz! Ich hab' dich überflettes, ne blöde Koh... OHHHH... okay... das sieht doch nochmal einem Spaß aus... Wir bleiben zum Gnome.... Wir bleiben erstmal hier oben... ...und kickst die Abfl dinheiro... Wer zieht eben weg... OHHH... Das bringt ihn! Achtung, ich hab ein gelobt! Oh oh, die kommen von hinten! FALT DOOOOOF! Woah, Feuer! Gott, ey! Da kommt ein Jockey! Jockey und Hunter! Achtung! Hehehe! Ist da nicht noch irgendwo der Jockey? Woah, 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 woah! Der Gnom lebt immer noch! Kann der kaputt gehen? Ich glaub, den kann man kaputt schwingen. Ey, den kannst du nur verlieren, einfach wenn du... Nö, wenn du irgendwo hinwegst, wenn du nicht mehr lang kommst. Nö, wenn du nicht mehr lang kommst. So, hier ist ein Piper. Ich glaub, wenn man den Zombies eins über den Schädel zieht, von hinten, dann sterben sie sofort instant. Das ist doch was, seine Gitarre. Inzest, genau. Nö, nicht mit irgendwelchen Waffen, sondern... Nö, nicht mit irgendwelchen Waffen, sondern... Ich versuch die abzudenken durch den Pipebomb. Das funktioniert nicht! Das funktioniert nicht sogar. Baaaam! Dicke Neck Lown dauernd! Bist das safe aus? Du bist das safe aus, mein Freund. Baaaam! Rundfunk woanders ab der Karriere es wurde Kau und wieder auf das Wort Verschuldung Ja, ich hab ihn über den Haufen geschossen Der Gnome, der Gnome, rettet den Gnome! Er greift ja schon hoch Er hat mich total geklappt Hey, da ist er ja auch noch ein Raum gewesen Man entdeckt hier immer wieder neue Sachen So, füllen und den Gnome Okay, alle hier her Und wir müssen dann gleich direkt hier durch diesen Schlitz hier Durch diesen Schlitz, hm Oh, bei mir hat man jetzt mal voll den Gnome-Bild Ja, passt uns zu deinem Namen, Gnomonat Immer noch der Geromat Der Geromat Alter, ich renne los und haue das Ding kaputt Und... ja, was ist denn? Okay, habt aus! Äh, das hat uns zu Buna-Lady angerossen Ah! Hunter ist auch da Ja, ich seh's Das noch ein Jockey! Jockey! Wie? Wo, 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 wo Lass uns mal schnell weitergehen Ja, ja Der Jockey lebt übrigens immer noch, ne? Ey, den hab ich erschossen gehabt Nein, ich hab den jetzt erschossen gehabt Der Stern ist gerade zu melden Ja, hast du den halt erschossen? Das geht doch, ey Du hast ihn wahrscheinlich nur von mir runtergeschlagen Ja, genau, ok Nein, der Liebeston Gnome-Bild, ey Jetzt mach die scheiß Tür auf! Nö? Ich hab einen Gnom und bin happy Mach die Tür auf, ich muss hier nachschauen Captain Hoar, der auch erfreigt die alle mit dem Katana Die Tür ist offen Ganz hart geschistet Ich nehme jetzt wieder meinen Sniping-Wifel Den Gnom haben wir noch dabei, oder? Oh, ist mal der Beste ausnahmsweise Guck mal hier, allgemeine Abwehr Und hast du das gesehen? Gnom und hat nur 26 Zombies erschossen Was ist denn los? He, ich hab den Gnom Ah, erstmal ein Schlück kühles Nass Hast du in die Hose gemacht? Stimmt, ja wir machen jetzt hier wieder eine Break Und in der nächsten Folge geht das weiter hier Direkt im Tunnel der Liebe Also bis dann Yo, bis dann, haut rein Ich hab den Gnom Ich hab den Gnom Ich hab den Gnom